Wir haben schon ein Intro! Was geht ab Freunde, euer Juni und herzlich willkommen zu einem WWE Video mit den Jungs! Heute war ein langer Zeit wieder WWE mit ein paar Special-Charaktern. Könnt ihr sehen, Donald Trump ist dabei, Erdogan, El Rille, Sengoku, Messi, Ronaldo. Also wird auf jeden Fall ein krasses Duell werden. Was machen wir heute? Was machen wir? Ja Leute, also wir werden einen Leitermatch machen. Das heißt, ein bisschen den Titel von da oben runterlegen. Auf jeden Fall, wer ist Donald Trump? Donald Trump, Richard, El Rille. El Rille. Ich glaube, ihr weißt, was ihr genommen habt. Ach so? Ich bin so ein gut Cousin. Ja, und Messi und Ronaldo sind Computer. Dann würde ich sagen Leute, starten mal rein, los geht's! Los ein, du lösst! Ja, Koffer ist da oben. Ich glaube nicht jetzt. Oho, da kommt jetzt mal der King-Junge, El Rille hier! Das ist ja nix! Das ist ja nix. Ding los! Das ist alles, das ist doch nett! Das ist doch... ...eine Suppe, Sowie! Das ist ja nix! Das ist ja nix! Bist du noch gegen so? Ja, ja... Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Es ist wahrscheinlich schon mal so hart zu finden Mach' mal ne Pause, Alter! Fight news! Warum gönner reinkommen... Vielleicht ist er da beißen gerade... Echt? Papa Alter! One minute! Was ist denn so? Oh, er ist doch ein Alter. Das war ein Super Saiyan. In 1 Minute. In 1 Minute. Woah! Ey! Ey, vielleicht nicht wirklich. Was ist das denn? Alter! Alter! Ey! Ey, die haben Frauen gehalten. Den ist doch immer bei denen. Scheiße, da geht es sogar selber runter. Jetzt kommen wir eigentlich jetzt quasi. Wir haben ein bisschen mehr, du Blinke, Alter. Woah! Wir haben ein ganz anderes Mal. Lionel Messi! Boah, das ist eine Maschine. So, Leute. Auf geht's, Alter. Ich zieh mal nochmal. Laufen mit L2. Sprinten L2. Super Saiyan! Ey, meiner hüpft nur. Den kann ich schlagen. Ey, was schweißt mich hier raus, Alter. Wie schlage ich nochmal? Mit Viereck. Ey, warte mal, wie groß ist Messi? Der sieht voll groß aus. Oh, der Wiener gegen Trump. Boah! Donald Trump verpasst hier mal wirklich welche. Boah! Arme! 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 Komm! Oh! Du musst immer R2 drücken, dann weichst du aus. Also hier! Das ist für... Ich gehe kurz fliegen. Einer Schalke, oder? Jin und Drew, komm! Boah! 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 Oh, der geht... Donald Trump auf Messi! Ey, warum geht der Ronaldo auf mich drauf? Oh, Ronaldo... Ey, El Rille chillt wieder draußen. Was macht Donald Trump da, Alter? Mach es... Ey, wie kann man nur mal angesehen? Ey, ich glaube, ein rechtes Stick reingehört, Alter. Komm, El Dorn! Komm, El Dorn! Komm, El Dorn! Komm, El Dorn! Boah, wie lange braucht der El Dorn, Alter? Ah, mit der... Ah, ey! Oh, aber weißt du an... Jenna! Hey! Hey, Jenna, wo hin mit dir, Alter? Ich mach der Ero an, Alter, Alter! Komm, Ronaldo! Oh, Ronaldo packt sich die Leiter! Wie kannst du... Nein! Sag, nein! Komm her! So! Oh! Oh, da packt er sich die Leiter! Donald Trump ist, ey! Oh! Oh! Mit der Leiter am Start! Komm her! Oh, er hat von daneben geschlagen! Oh, er kann nicht springen! Oh, er kann nicht springen! Ah, die Hüfte! Die Hüfte! Da ist die Leiter! Ey, was macht er? Mach den Hurricane Rana! Mach du Scheiße! Romaino macht den Hurricane Rana! Oh, no! Fake News! Stoom! Woah! Oh, hier Ende! Stoom! Ey, Junge! Ausgewischen! Komm her, Gennaro! Wichser, Alter! Egal, schön, komm! Tschüss! Und tschüss! Hey! Hier! Hier! Mit L1! L1! Aber was macht Messi da, Alter? Wird mein Leiter aufheben? Oh, no! Cristiano gegen Donald Trump! Mann! Mann! Da kriegst du ja ein Double-D! Motherfucking-D! Ey! Mit L1 geht man hoch, glaub ich! Ey, ich kann einfach hochfliegen, oder nicht? Boah, die haben gar keine Ausdauer! Wieso springt der nicht? Wie tot die einfach alle sind! Boah, Donald Trump ist am Boden! Wie seine Politik einfach einfach! Boah, Messi, pack mich einfach, Alter! Er hält sich auf den Seite noch von vor! Boah! Jetzt packt sich Donald Trump! Junge, 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 Alter! Ey, wie kann ich das Ziel ändern? R3 reindrücken, rechten Stick! Steh auf, Mann, Recep! Dann steht da dein Name über deinen Kopf! Und jetzt Messi gegen Donald Trump! Komm, El Rille, erhol dich mal! Die Fußball haben gar keinen Bock auf den Donald Trump! Oh, Junge, Recep, Alter! Recep rettet! Donald Trump, das gibt 6! Ihr lebt, ihr lebt! Hey! 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 Recep, hier! Boah! Woher, Mann? Schöne Schritten! Oh, jetzt kommt so ein Go! Ey, warum geht der da hin? Oh, ha, ha, ha! Was machst du da mit Messi, Alter? Oh, Alter! Er hält doch richtig geil! Ronald, Alter, wie breit der ist! Oh, klar, Alter! Ronald hat die Skits von Recep, Alter! Ja, 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 ja! Steh auf, steh auf! Komm her, komm her! Vielen Dank, Alter! Messi und Ronaldo sind echt im Tag-Team, oder? Die machen heimisches Tag-Team, Alter! Komm, der Messi hat von hinten! Hier! Ja, die ziehen mich ab, die ganze Zeit! Boah! Stopp! Auf die Leiter! Mann, der bleibt auch liegen! Pass auf, Ronald hat Finisher, ey! Steh auf, Ergorn! Oh, Ronald, du machst top-still, Alter! Ich will die Leiter nehmen! Ich nehme die Leiter! Ja, alles! Oh! Mach das! Der Korin reagiert nicht! Wir sind alle tot, Alter! Die sind alle tot! Komm, steh auf! Komm, er rillen! Aufritten! Donald Trump! Stark, stark, stark! Erstmal den! Recep, halt! Hey! Ich hätte mal die falsche Person ausgewählt! Ja, was macht der Gute? Oh, Messi wehrt dich! Oh, nein! Ich brauche kurz auch mal! Ey, wo geht's? Oha, ey, was macht Messi da denn? Alter! Pass auf, Alter! Ohne mich! Er ist so billig! Hat der nicht 100 gehabt? Der hat sich 80! Scheiße! Ich nutze das aus, komm! Oh, Ronaldo, komm! Hey, jetzt kommt Ronaldo von hinten, Mann! Nö! 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 Der Rille ist draußen, Alter, komm! Jenna, geh mal weg da, Alter! So, endlich! Steh auf, Gehter! Steh auf! Mö! Hey, vergammst du ein Schöchling! WAM! Hier, komm her! Hier, kriegst du mein Signature, Alter! WAM! Was? Du hast gekontert? Was? Was? Wie hast du das denn gekontert? Du hast ja, Alter! WAM! Ey, du hast geladen den Finisher! Was hast du denn gemacht, Alter? Hast du gedrückt? Ja, glaub schon! Ey, willst du mich verarschen, das warst du Finisher? Ey, Schultz! Ich hab mich... Double try! Ey, ey! Pull den mal da runter! Ey! Pull den mal da runter, da, ey! Ey, ja! Ey, ey! Oh, Alter, hab ich nicht mehr erklärt, Alter! Cristiano! Cristiano! Jenna, hol die runter, Mann! Kreis, drück irgendwas! Box 10! Alle Knöpfe! Ey, was? Warum pack ich nicht? Drück, mit der R3! L1 war es, oder so! Schnell, stell, Udi! Ja, ich versuche so zu kämpfen! Pull den! Zieh die Leit da runter! Ja, ich versuche so zu kämpfen! Ja, ich versuche so zu kämpfen! Komm, komm, komm! Ey, mach endlich den mal holen, Mann! Wie schmeißt du? Ja, du bist stark, Tugay! Komm! Weiter umwerfen, jawoll! Ey, Tugay, jawoll! Die Leute gespürt! Die packen wir alle! Ey! Schnell, hol den Centrum da runter! Oha! Ah, jetzt geht's dir richtig los, ey! Ja! Boah, Messi! Oha! Da, ey! Richtig groß in eingefallen! Scheiße, komm, stell! Alle liegen am Bogen hier, Alter! Ich hab Ronaldos Eier im Gesicht, Alter! Komm, du, ey! Ich helf dir! Ich helf dir! Ich helf dir! Du Wichser! Was? Leg mal deine Füße mal vor! Schinchi geputzt, Alter! Oha! Son Goku, komm her! Woah! 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 Messy kommt bald! Ey, jetzt kommt Messy, Alter! Bin ich! Piss dich, Messy! Masaijin gib dich auf! Was macht der, ey? Was macht der Messy da? Woah! Was macht der da? Pinfalls? Was? Ja! Woah! Woah! Du musst da rauskommen! Der zwingt dich zum Aufgeben! Ja, geht doch gar nicht! Geht gar nicht! Warte, ich guck mich raus! Ah, geh nach Hause, ey! Ich mach ne Donald Trump da, Alter! Du schaffst du Donald Trump! Alter! Ey, Messy, du Bastard, Alter! Ey, hallo! Messy, Ronaldo, mach mal was jetzt! Woah! Wie schnell knäffst du heute, Alter! Das ist Cristiano, Alter! Du musst da... Du musst da... Oh, du! Hey, du! Was macht der da? Oh mein Gott, ey! Alter! Fuck, Alter! Also, jetzt schau mir Donald Trump, Alter! Ey, Messy, Junge! Ey, was macht der? Ey, Jungs! Ey, Jungs! Tu, erhol Ronaldo runter! Kreis, 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 Kreis! Schnell, Kreis! Ey, Messi! Hey! Ey, hau den doch! Boah, ist das schon ein Illuminati kurz, was man da machen muss? Ah, hau den! Ey, mit Schleswig reingreifen! Jawoll! Ey, der hängt der, der hängt der! Hallo! Der hängt den! Boah! Kreis, 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 Jungs! Ich drück doch Kreis! Ich drück den eh nicht! Weh, Ronaldo drück die A3! Jena, der A3! Boah! Junge, Junge, Junge! Wenn der oben hängt, fliegt der eh! Boah! Geht mein ich nie, oder? Nie, nein, 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 Alter! Scheiß, Zeier, Junklöten, ey! Boah! Was ist denn weiter passiert, ey? Zeier, Junklöten! Was haben so gesendet? Ey, ich wollte eine magische Bohne, Mann! Oh, jetzt kommt... Oh, Fischer! Was soll das denn, Alter? Find ich den F5? Nein, ey! Was hast denn? Das bin ich gar nicht! Ich bin so tot! Der Rinn ist tot, Leute! Nee, das ist der Türke! One minute, please! Jawoll! Oh, hol doch mal eine Schleiter! Komm her! L1! Schlag hier, schlag! Wohin schl... Ey! Was geht ihr, Bags? Komm, steh auf, steh auf! Steh auf! Ey, Ronaldo, geh doch mal rein! Was macht er seine Pugel? Ey, Messi ist eine Leiter! Ey, ey! Was soll das, Jendrim? Mann! Ey, ey! Ronaldo, geh mal rein! Jendrim kämpft gegen seine Idee! Ey, Ronaldo war... Ey, Fingli! Ey, warum packt der sich nicht, Mann? Ich glaub, man hat... Der Rinn ist einfach tot, Alter! Der Chill! Ey, wieso legt der das nicht hin, Mann? Ne! Ey, was macht der da, der... Zerstört mich! Guck mal, wo der das hinlegt! Dieser Lapp, Mann! Das ist ein bisschen... Steh auf, steh auf! So, als Stimler erstmal wieder an aufgestanden, komm! Ja, das war lange, weil ich kann nicht spielen, der Fingli, oder? Boah! Ja, Ronaldo, Alter, halt nicht aus mit der Leiter! Ey, Jungs, pass auf! Oh, Messi! Der Verräter! Wie, Alter, kriegst du den, ey, ey! Wie soll man denn das Ding gewinnen? Ey, ich entschulde! Ey, du am so scheiße, Mann! Der ist so schlecht! Ey, ist so ein großer Soldat! Ja, Ronaldo, der gibt mir einfach Kicke, ey! Alle liegen draußen, Alter. Steh mal auf, Recep. Ey, Sangoku, hau den doch mal. Jetzt steht der auf. Komm, Recep, mach was. Schnell, der rennt hoch, Alter. Der macht Trippelschritte, komm, komm. Kreis, drück Kreis auf die Leiter. Stark, Junge. Jawohl. Pass auf, Jenna auf. Du musst den Ball da reinmachen. Ey, da hängt jemand. Ich schaff das nicht, Mann. Ich schaff das nicht, Mann. Du kannst ihn nicht ausdrücken. Ich kann fliegen, Mann. Ey, holt den mal da runter. Meiner schlägt gegen alle, aber nicht den, den ich entschaffe. Oha. Oha. Der Meister hat echt was gegen mich, Mann. Ey, ich weiß, was das ist. Boah, ging ich doppelt, Alter. Warum rollt der sich immer raus? Oh, jetzt, 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 komm, meine Scheiße, Alter. Komm, geh hoch, Junge, ey. Ja, geh in Zeitlupe hoch, Alter. Nein, Türkei. Ey, was ist mit Ronaldo los, Mann? Wie geht das jetzt? Wie geht das jetzt? Du musst den Ball reinmachen. Ja, komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, noch zwei Mal. Komm, Mann. Ich hab ihn. Ey, Ronaldo. Ey. Ey. Boah, Junge, Junge, Junge. Geh doch hoch, Alter. Nein, Türkei. Ey, was ist mit Ronaldo los, Mann? Ey, wer hoch geht, geht. Ey, ja, los, hol ihn runter. Der muss noch einmal ziehen, hat er gewonnen. Das ist aber schwach schon am Ende. Guck mal, der muss noch einmal rein. Schnell, Stugay. Schlag ihn. Boah, Junge, Junge, ey. 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 Ey, konntest du wieder mich, Mann? Ey. Wir müssen drücken, das ist nur dos mrt. So, wir müssen drücken, das Ding, das drücken. Ah, 너 weiß selber nicht. Strug scar 맛있어요. altbringer, hey. Hallo! Ey, ey, wir haben uns nicht genommen drauf. Stuy penewerdig, unser Spirit. Ey, Mann, ich hab's Dir nicht, der Fanbelstartenqu allt роiger ist. Ja, da fehlt nur noch eine Luke, dann war meinen, Deckel uns an, der war ausser wann, zwei, eine, zwei, zwei, drei, zwei. Ich hab's da. Das ist ein roter Ei. Hey. Komm hier raus. Ich kriegste mich. Hey, der ist sich weggelaufen. Jenna, ich dachte, du hast das nie gespielt. Hast du trainiert oder was? Nein. Hey! Hey! Danke, Donald. Scheiße, ein Donau. Schieß doch nicht die Leiter raus. Lass sie da drin. Ey, Mist. Ich krieg nicht die Leiter raus. Regia, bring mal die Leiter mit. BAM, Alter. Hallo. Oh, was kriegst du? Kriegst du ein Suplex? Kriegst du ein Suplex? Ey, bitte bau das doch auf, du Mist. Der baut mich auf. Einmal L1 drücken, glaube ich. Gebt mal, Alter. Yes, we can. Was macht der Ronald? Stop. Ich blute. Nein, ich blute. Ey, super, jetzt blute ich auch noch. Ich bin gerade aufgestanden. Ah nein, das ist der Typ. Ey, nein, es kommt doch noch auf mich, Mann. Ey, Jenna, so wann kommst du kontern, Alter? Boah, meine Beflex ist im Krass, als komm ich abwicke. Ey, Oliver! Oh nein, du! Ey, den Gewinn, du musst dir abbauen. Hau, hol denn da runter, den Trump da! Ey! Ah, komm, stark! Messi und Ralei, den Kampf der Titan, Alter. Ey, schon wieder rollt sich meiner raus. Na, guck mal. Guck mal bei dir, Alter. Ey, was denn habt ihr da? Oh mein Gott! Ey, stell nach! Stell nach! Stell nach! Stell nach! Stell nach! Kreis! Kreis! Schreis! Nein! Nein, der Naro! Ey, wie ist das jetzt? Darno, Alter, ey! Mann, 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 Mann. Beide sind 20 Jahre gelitten, da runter! Guck mal! Scheiße, Alter! Aber, die gibt es alle lecker, oder? Das war's mit Songekusson. Ja, da sehen wir den Gewinner, Leute. Lionel Messi, auf jeden Fall eine geile Folge, man hat richtig Bock gemacht, Leute. Wir nehmen jetzt gleich schon ihre Worms auch bei den Jungs. Wir gucken mal, ob wir die gleich nehmen oder ob wir noch andere nehmen. Schauen wir einfach gleich mal. Auf jeden Fall checkt ihr aus, lasst einen Daumen nach oben da. Dann haben wir auch's auschecken. Auf jeden Fall, das war's jetzt. Haut rein und ciao. Tschüss.